und geht heute abend noch was läuft was läuft willkommen zum nächsten video so mal gucken was für ein bild die bei uns benutzt das war das fortneit turnier wer ist es denn miss anonymos ich lieb das wenn einfach kein bild drin ist es sieht dann immer aus als wäre das die krassesten player ich sag's wie es ist hat es geschafft er spielt mit der frau im team gut enden hier muss sagen oft genug ist mir sowas in warsong passiert in fordney ich hab gar nichts das ist mit so viel ich sehe nur farben es fühlt sich an als wäre ich auf lsd oder so keine ahnung ich weiß nicht wie man auf lsd ist wenn man wenn ich wissen will wie man auf lsd ist frage ich immer was das was er macht vor mir den oberflach klatscht mich aus aber ist unter uns kein tv wir hatten schon vor vor einigen jahren eine diskussion darüber ich finde im schlafzimmer brauche ich kein bett also hätte ich jetzt ja deswegen schläft er auch immer auf dem sofa weil ich brauche ein bett und er nicht neben dem handy an dem ich noch sehr viel chill nachts im bett wäre feierabend er macht immer wirklich jedes mal macht er so kann das nicht nachmachen diese wie heißt es kreise und dann kommt immer so ein komisches geräusch vornehmen und dann siehst du nur so und manchmal kriegt das hin dass die die sester auch aus von dem mund aus in die nase oder die ganze zeit so im kreis geht und irgendwann kommen wieder so kreise und das macht das voll witzig also wenn ich das machen will muss ich mal einen kiefer schnell zum nas und krieg ich ihn hier aber auch dualipa song kigger witz ganz ehrlich mit dem dualipa so viel so viel sport ist da nicht nötig warum sieht das nicht für seine mama aus muskeln schminken da willst du mich verarschen oder was was für muskeln schminken alle schreiben ich habe es abgeklärt vorher ja ja wie findest du mein körper oh mein gott kannst du bitte aufhören jens was machst du da ich hab jetzt aber ich hab bezahlt bist du echt dass ich ihn klar gott ich dachte gerade jetzt sieht die hose aus zeig mal ganz kurz ja ich würde sagen deiner ist sogar knackiger der ist guter oder der starken glaubt mir es gibt noch andere posys da kommt er richtig zur geltung habe ich auf twitter gesehen auf twitter krank also manche damen haben andere gute posen drauf da ist so eine dame jetzt gibt jetzt so auf ihr twitter geschrieben i want to have a puppy und ich habe darauf geantwortet wuff i am one ja 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 dass sowas mir auch immer passiert ich verstehe es nicht diese dinge man muss halt wissen wie es geht was wird gekocht ich sag euch das jetzt was ist das die versteckt von mir aber ich habe sie gefunden ich wusste nicht dass sie das mitgenommen wurde ich wusste das nicht war das letzte mal dass sie bei mir gepennt haben ich hoffe das klappt ihr wisst ja man schlägt auf es gibt noch einen anderen trägt ihr macht so so und dazu das gehört hey siri mach hert aus ok filmst du es ist laut messi hilfe was passiert hier gerade oh die kerzen sind schön diese so getwisteten kerzen die sind übrigens seit ich glaube ein zwei jahren extrem im trend und verkaufen sich sehr gut auf etsy viele machen die selber ich glaube big mac dass da kein problem ist dass der sound vom spiel im hintergrund zu sehen ist kann man auch selber machen glaube ich dass es da eine ärgende art bei der sound ist nicht zu sehen glaube ich ja habe ich zu sehen gesagt ja 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 hey anonym hör auf mich anzurufen was ist hier los warum hast du meine nummer ja ich bin da mit der pizza fahrer kommen sie raus ok unangenehm wie unangenehm nee 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 imagine er sagt so ich bin hier in der blablabla straße bei anonymen gehe ich nie ans telefonen nie sie ist der gute wessi wessi gefällt mir alter wessi 17 ist sie ents entspanne immer 18 16 entspanne immer 16 16 muss die damen mich unter schutz nehmen in schutz 16 kenn ich nicht alter fix b oh nein 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 gefällt mir sehr 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 ist liegt es an seinem gewicht nein ja nein nein es geht gar nicht ums gewicht ich glaube einfach seine inneren werte fassen wir nicht so montana black der ist ein ehrenmann ehrenmann wieso der sagt immer die wahrheit der ist cool ach so ja gut der lässt nicht frauen sind wie hunde der sagt immer die wahrheit und das meine ich nicht abwertend das ist ein richtiger ehrenmann frauen sind wie hunde oh ja hallo dann zur nächsten person richtiger ehrenmann sagt immer die wahrheit ist ein bisschen alt aber die haben neues bild von dem genommen wo die zähne schön gemacht sind also was immer richtig unangenehm wenn sowas passiert dieses wenn leute einen bewerten oder mary kill andere dann bin ich lieber hässlich dann bin ich lieber hässlich oh ah kiss mary kill ich hatte mal so einen puls festgericht wo ist das warte ich messe kurz meinen puls oh no 127er puls habe ich gerade ja schon auch ganz sympathisch digga er macht irgend so ein trollbild wo er irgendwelche vogeleier auf den kopf hat und so einen spitmanz der normalerweise irgendwo im dreck rumpickt und der sieht ganz sympathisch aus der verlassen sah die leute haben sich richtig gut verkleidet chat aber was soll ich sagen Tanzverbot ich fühl's was soll ich sagen bei mir war die möge ich nicht die mag ich nicht deswegen kill er hat sich auch als äffchen verkleidet chat ein spaß rohr holy sascha mach du das einmal für mich sascha ich guck jetzt in deinen stream und ich will dass du jetzt eine kleine ansage machst mit deinem kostüm im voll was macht denn er jetzt was ist denn das jetzt holy shit der track kommt wie ne werbung jetzt der neue hauptsache dieser winkel der muss die kamera auf die andere seite machen dann sieht der winkel viel besser aus hier ist halb das bett zu sehen die 30 facelift sascha neander teile weg sascha neander teile weg sascha wenn du über die grafikkarte rennerst das game verbraucht eh nicht viel du hast trotzdem deine 300 ps ah wer ist das Alexa Niko oh wie unangenehm wie unangenehm ich hab nix gesehen ich hab nur leute gesehen die rumgemacht haben und ich war direkt auf niko das sind auf niko und Alexa imagine eure ma macht so mit niko rum jetzt bin ich schon gespeichert das zählt nicht das zählt 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 nicht zählt zählt brauchst deine brille dann komm her dann bälle einmal klauen wenn du willst ja Miau miau nochmal was ist es hier? Tschüss, die scheiß Brille jetzt oder was? miau nochmal noch einmal ja was mit miau nochmal noch einmal Alter wir gehen vor gericht und auch live Alter ich erzähle dir besser immer als du Das tut weh! Das tut so weh! Guck mal, was tut weh, hm? Ja, deine Hand da! Deine Dummheit, Alter! Hau! Wer kratzt? Wer kratzt? Wer kratzt? Okay, das ist Beweis. 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 Seht ihr das? Nein, du hast keinen Beweis. Seht ihr das? Ich bin eine Frau, jeder glaubt mir. Du bist größer und stärker. Du größer, vielleicht nicht stärker. So, nicht im Bild. Hier, hier nimm. Nein, nimm! Na, keine Sache, Mom. Nein! Aber, dann fahr ich mit deinem Auto, oder? Das zählt echt nicht. Weil, nein, du hast ein Gericht, ja, ja. Was soll ich? Oh, no. Ja, das ist belastend, wenn man da direkt hinter klatscht. Ich hatte keinen Deadbreak! Stehst du auf Füße? Ähm, kurz verlegen. Ja, ich steh auf Füße, ja? Ja. Hä? 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 Das läuft immer witzig. Na ja, wir schweifen ein bisschen ab, Digga. Ist schwierig. Ist sehr schwierig, finde ich. Natürlich. Ey, ich habe bereits mehr. Ich habe vorgeschlagen. Ja. Also, die Füße sind natürlich nur für dich reserviert, Olaf, ne? Ja. Ich habe trotzdem keine Fußballer von Slay bekommen. Ach, Digga. Sch*** auf sie. Ich steh auf Füße, ja? Ich glaube, ich stumm den direkt, Bro. Ich möte das mal. Ey, sag's wie es ist. GTA 5 ist immer weirder. Manchmal habe ich das Gefühl, die würden da anderes Roleplay gerne machen. Was ist es? Esk, Bruder. Das ist oben links. Esk. Achso, esk. Esk, esk. Ist das ein Sch***spiel, Digga. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Digga. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Mach's gut. Ciao.